Hi Leute, der Outlaw LP hier. Zum neuen Video, zum Contest Ende und so weiter. Ich habe gesagt, am 29. im Contest wird ganz geschlossen sein. Zum Glück sind noch 2 wie 3 IDs noch eingeschickt bekommen worden, also unter den Kommentaren geschrieben worden. Um das Video jetzt nicht so lang zu halten und so weiter, ich werde den Gewinner bekannt geben. Ich habe eine Top 3 erstellt von den 3 besten Leveln. Ich hoffe, dass ihr euch gefällt. Herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao! Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.